Wie erkenne ich Schwellungen aufgrund einer allergischen Reaktion? Sie werden eine Schwellung aufgrund einer allergischen Reaktion wahrscheinlich leicht erkennen, wenn sie durch einen Hautreizstoff verursacht wird, der mit Ihrem Arm, Bein, Gesicht oder Oberkörper in Kontakt kommt, da die Schwellung wahrscheinlich in dem Bereich liegt, in dem der Kontakt hergestellt wurde. Schwerwiegendere Reaktionen können zu Schwellungen von Lippen, Zunge und Gesicht führen. Diese Symptome sind ein medizinischer Notfall und sollten sofort behandelt werden. Manchmal kann die Schwellung aufgrund einer allergischen Reaktion subtil sein, oder Sie wissen möglicherweise nicht, was die Schwellung verursacht hat. Viele allergische Reaktionen verursachen eine Schwellung, die auf einen bestimmten Bereich begrenzt ist. Wenn Sie zum Beispiel allergisch gegen Haferbemittel sind und eine kleine Portion auf Ihren Arm liegen, ist es am wahrscheinlichsten, dass diese Stelle an Ihrem Arm anschwillt. Sie würden wahrscheinlich auch einen Ausschlag mit Rötung, Juckreiz und manchmal Blasenbildung oder Peeling erleben. In anderen Fällen ist eine Schwellung aufgrund einer allergischen Reaktion möglicherweise schwieriger zu verfolgen. Wenn Sie zum Beispiel eine Seife verwenden, die eine Reaktion hervorruft, kann es zu leichten bis starken Schwellungen am ganzen Körper kommen. Es kann schwierig sein, die Quelle der Schwellung zu bestimmen, es sei denn, die Seife war das einzige Produkt, das Sie an diesem Tag an Ihrem Körper verwendeten und das keine Lotionen, Parfüms oder Waschmittel enthielt. Ein Weg, um festzustellen, ob weit verbreitete Schwellung eine allergische Reaktion ist, ist das Vorhandensein von Rötung oder Juckreiz. Die meisten Hautreaktionen umfassen eine andere Form der Entzündung oder Reizung. Eine stärkere Schwellung aufgrund einer allergischen Reaktion kann zu einer Schwellung von Lippen, Gesicht und Zunge führen. In sehr schweren Fällen kann Ihre Zunge groß genug anschwellen, um Ihren Hals zu blockieren. Der Hals selbst kann ebenfalls anschwellen und sich schließen, was zum Ersticken führt. Diese Art von schwerer Reaktion kann auftreten, nachdem Sie ein Nahrungsmittel gegessen haben, auf das Sie allergisch sind, oder von einer Biene oder einem anderen Insekt gestochen werden. Zusätzliche Symptome treten wahrscheinlich auf, wenn Sie aufgrund einer allergischen Reaktion eine starke Schwellung haben. Auch in einer ernsten Situation können Hautreizungen auftreten. Sie können auch keuchen, Kurzatmigkeit, Schwindel, schwere Gefühl in der Brust, Übelkeit oder Schock verspüren. Wenn eine dieser Reaktionen auftritt, insbesondere wenn Sie kürzlich ein neues Lebensmittel gegessen haben oder von einem Insekt gestochen wurden, sollten Sie sofort den Rettungsdienst anrufen. Ohne Behandlung kann eine schwere allergische Reaktion zu schwerwiegenden gesundheitlichen Komplikationen und sogar zum Tod führen.